Hier sind wir wieder, der nächste DJ ist bereits in den Startlöchern. Let's go! Als nächstes an der 1 und 2 haben wir den DJ Certified aus Zürich. Hallo zusammen, mein Name ist Ingo Hauck, alias DJ Certified von der Vinyl Cutters DJ Crew. Ich bin 25 und ich repräsentiere Zürich. Ich habe mich in Zürich in der RTL als Zweiter für das 3-Style-Finale in Lausanne qualifiziert. Heute machen wir es anders, ich rocke den Scheiss. Am DJing hat mich das damals fasziniert, dass man die Musik nicht einfach nur hört, sondern dass man selber etwas mit der Musik macht. Aufgeschaut habe ich niemandem etwas, aber hochgeschaut habe ich seit dem Anfang eigentlich zu einem DJ Andy, zu einem Handsolo, zu einem Hightime, zum DJ Sayer. Meine Skills entwickeln, die ich mit täglichem übe. Ich bin jeden Tag am Sound, ich bin jeden Tag am Scratch, ich bin jeden Tag am Joggle. Es macht einfach Spass und dadurch komme ich weiter. Fasziniert am Konzept von Freestyle hat mich, dass man einfach mit allen möglichen Sounds spielen kann, dass man keine Grenzen hat und dass man einfach Party kann und Autosomen gerade will. Die E-Clubs sind ready, Lausanne sind ready, DJ Certified ist hier, Zürich ist im Haus. Für den Abend wollen wir die Hütte brennen. Zürich! Zürich! Er hat auf dem Weg dahin beim Würfeln im Bus 50 Stunden verloren. Vielleicht holt er sich den Titel und geht auf Wankhofer heute Abend. Wer weiß. Yo Certified! Are you ready? Certified, are you ready? Are you ready? Are the judges 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 ready? Go! Ding, 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 ding! Three... Three... One... GO! Zürich! Zürich! Yeah, 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 yeah! Hold the fuck up. We gon' take this little intermission and listen what the fuck I got to say, know. I've been doing this shit for years, ho- is 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 ho... I gotta say, you know, ho- is ho. I'm just a regular, everyday normal guy Nothing special about me, motherfucker I'm just a regular, everyday normal guy When I go to the clubs, I wait in line, motherfucker I'm just a regular, everyday normal guy I got $600 in the bank, motherfucker I'm just a regular, everyday normal guy And my sexual performances are average Scheiss drauf, was die Mami schiebens denkt, oder? Bounce man the track Make some noise! It was all a dream I used to read Word Up Magazine Salt and Pepper in heavy D up in the limousine Hangin' pictures on my wall Every Saturday, rap attacked Mr Magic Marley Mall Das war's. 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 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 I said, are you gonna be my girl? I said, are you gonna be my girl? I say, are you gonna be my girl? Yep, I say, are you gonna be my girl? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020